Musik Jo, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einer kurzen, schnellen Folge Skyramas. Ich hatte schon mal eine Folge aufgenommen gehabt, deswegen kann es eventuell sein, dass es bisher sich was geändert hat. Aber im Grunde genommen habe ich eigentlich nur ein bisschen mehr L-Cache bekommen. Und wodurch? Ganz einfach durch einen gewissen Code, den ich mal per Mail geschickt habe von Skyramas. Und ich zeige euch jetzt direkt, wie ihr den bekommt. Wie gesagt, ihr habt es schon gesehen, ich bin hier schon bei Bonus-Code einlösen und da gebt ihr einfach ein Video. Sagen wir mal, 2020, wenn ihr genau wartet. Diesen Code eingibt, bekommt ihr 600 R-Cache. Da ich aber den schon eingelöst habe, würde er mir jetzt bereits sagen, ungültig. Aber er wird euch garantiert funktionieren. Und der ist nämlich noch gültig bis zum 15.07. Also ranhalten und schnell einlösen. Ich versuche jetzt, dieses Video relativ schnell nochmal rauszuhauen. Ich hatte eine längere Folge eigentlich aufgenommen gehabt. Da habe ich mir hier diese schöne Turbo-Treibstoff-Refinille in mir geholt. Die werde ich gleich auch direkt wieder aufstellen, weil sie natürlich Turbo-Treibstoff liefert. Ich hoffe, diesmal läuft es ein bisschen besser mit den ganzen Sachen, so wie ich auf meinem anderen Video irgendwie gebratet habe, mit der wunderschönen neuen Technik etc. pp. Ja gut, hat halt nicht unbedingt so gut geklappt. Und ich sollte doch mal wieder Back to the World, wie ich jetzt schon von dem Video aufgenommen habe. Was ihr aber nie erfahren werdet, ich werde hier nochmal kurz drehen. Einmal beim Rats. Oh, Fenster-Teil. Nur leid. Da. Ja, brauchen wir. Propeller. Haben wir schon? Gut. Ist für den schönen Falken. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte, nochmal dicker Story, dass ich die letzte Zeit einfach keine Zeit hatte. Das liegt einfach daran, weil ich einfach arbeiten musste und einfach weniger Zeit hatte und immer deprimierter wurde, weil gefühlt fast alle Aufnahmen irgendwie schieflaufen. Deswegen kam bei Animal Crossing New Leaf keine weitere Folge und nichts weiteres. Deswegen kam auch zum Beispiel beim Let's Show Kanal auch kein Best-of an die Fans von mir, die da Interesse haben, können gerne daraus mal was schmitteln, was da rauskommt. Auf jeden Fall, ich schaffe es zeitlich gesehen einfach nicht. Ich finde es auch schade. Für mich ist es einfach eine reine Arbeit, so viel nachzubearbeiten, besonders weil ich die Zeit auch nicht habe, weil ich dann auch nicht hauptberuflich mache. Und ich wollte mich auf jeden Fall nochmal bedanken und herzlich willkommen an allen neuen Abonnentinnen, Abonnenten, etc. pp. Ich versuche mit meiner alten Aufnahmetechnik, wie auch immer ich das früher gemacht hatte, und ich versuche jetzt mit dem neuen schneidenden Ramp das hier ein bisschen schneller durchzurendern. Ich hoffe, dass hier nochmal die Grafik und die Framerate einfach noch passt. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, übrigens, wir bleiben zu Hause Wochen. Noch 13 Tage, 12 Stunden und 37 Minuten. Habt ihr wieder schöne Möglichkeiten, alles Mögliche zu bekommen, etc. pp. Und ich freue mich demnächst auf eine nagelneue, wichtige Folge Skarama. Das hier wird eine kurze Folge, um euch zu zeigen, mit den Bonus-Codes. Normalerweise wäre das Folge Nummer 55, aber das wird diesmal nicht der Fall sein. Ich werde es zwar einreihen, aber es wird nicht dazukommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und nochmal dickes Sorry, dass einfach so viel Scheiße lief. Das liegt einfach nur an den Unbeständen. Und nein, ich werde ja nicht über die aktuellen Themen von Corona diskutieren oder debattieren oder whatever. Ich werde das Wort nie wieder hören. Ich habe jetzt schon keine Probleme. Okay. Spaß und alles andere zur Seite. Ich sage, John and Warmer, Greasy, LPS, whatever. Let's Play, Show, CG. Vielleicht sehen wir uns mal auf Twitch, wenn ich mich mal aufraffe, da mal zu streamen. Auf YouTube wird wahrscheinlich da nichts mehr kommen, weil ich da einfach kein Interesse mehr habe. Schade, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich gucke mal, was ich machen kann. Ich sage, John and Warmer, euer Greasy, LPS. Ciao. Yo.